und da sind wir wieder bei einer neuen folge von GTA 5 ja die letzten Mission hat aufgehört und jetzt beginnt anscheinend eine neue Zwischensequenz deswegen hatte ich jetzt mal die Klappe oder vielleicht auch nicht gut so was gibt's denn jetzt sehe ich es nicht weil ich nicht die ganze karte salomon also der film futze schalten wir nur kurz um zu den anderen der salomon interessiert mich schon ich würde schon sagen dass wir den machen aber halt das sind da jetzt ja aber auf jeden fall die aufträgen möchte ich hier schon annehmen nur hat der anscheinend keine na gut und was mit treiber der sie zum stand oh mein gott naja nur werbung na gut dann franklin ah franklin sage ich michael natürlich so und wir haben schon lange nicht mehr unsere familie angerufen tun wir es auch mal wieder äh was sind das für das heißt dann habe ich denn sowas oder ist das der michael eine freundin büro und mit dir reden ich habe ihn gesagt sie sollen textilfabrik haben kommt dort hin sobald du kannst also ein weiterer auftrag für michael das wird sicher der wagen sein den sich unser sohn ausgeborgt hat den hatte er er hat gesagt er ihn gepimpt naja so also ich die frauchen hebt nicht ab rufen wir mal jimmy an ok der auch nicht aber unsere tochter mit der haben wir zumindest e mail kontakt gehabt und da oder dann halt nicht und so psychi hatte will auch nichts von uns wissen na gut dann gehen wir halt zu salamann und so 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 ohne gps ist es schon anders zu fahren weil das bin ich ein umweg gefahren glaube ich na ja nicht so ein umweg lasst mich durch er lasst mich durch dann hat nicht ich bin berechtigt da hinein zu fahren jetzt haben sie wieder mit reifen abgeschossen das geht gar nicht muss ich mit geländen fragen waren geländen kombi die 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 Du hast mir gesagt, dass wir ein Verständnis haben. Ich dachte, dass du ein schwerer Mann bist. Ich sagte, dass du weg bist! Ich bin nur ein Paraplegiker, aber du kannst nichts fühlst. Ah, du hast mir einen Rumpf-Ball. Der Rumpf-Ball. Aber zu sagen, dass die Verständnis haben, die Leute hatten einen. Oh, wenn wir nur 20 Jahre alt sind, Michael, vielleicht wäre ich nicht in dieser Verständnis. Ja, du und ich beide, Bruder. Schau, es ist ein Schmerz, ich weiß. Aber könntest du jetzt nach dem Studio kommen? Ich habe etwas, das ich dir zeigen möchte. Ja, natürlich. Ich bin gleich vorbei. Ach so, da gibt es anscheinend einen anderen Weg. Muss ich mit anmerken, um gesehen da durchzukommen. Nicht durch den Haupteingang. Äh! Da ist ja trotzdem so ein Eingang. Da ist ja trotzdem so ein Eingang. Dann schauen wir mal was Solomon will… Komm mit! Komm mit! Komm mit! Danke! 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 Ja. Aber insofern, schau dich und schau dich an das. Das. Oh. 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 Fuckin' A. Feels good, oder? Feels like I've finally done something in my life. Actually done something. A movie. Welcome to Showbusiness. Nothing but make believe will ever feel quite real again. Hahaha. Alright, Michael, come on. Let me show you some rushes. I think you're gonna love it, but it'd be great to hear your notes. Hey, baby. I just wanted to tell you I'm finally doing something with my life. I'm making a movie. A real one. Call me. Cool. Aber irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, dass uns dieser Salomon uns nur damit beschwichtigen will. Sobald wir seine Drecksarbeit machen, will er, dass wir dann uns auch schon wieder aus seinen Geschäften raushalten wahrscheinlich. Na gut, dann fahren wir halt zu Leicester. Oder halt zum Auftrag von Leicester. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ah, geht noch. Geht noch. Geht noch. Was haben wir hier? Also ein Geldtransporter. Nein, das interessiert mich nicht. Oh. 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 Was? Dass ich da hindurchgekommen bin. Grenzt an ein Wunder. Oh, bei den letzten Metern bin ich dann angefahren. Oh. Na ja. Was soll's? Oh. 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 Just enjoying a little labor dispute. You see, wir about to do something really, really bad. So I need to present myself as a proper textile, magnet. So, so you stop making anything nothing looks more suspicious in America than someone who's actually prepared to make something What about you? Oh pocket Trevor We're having some problems Brad Yeah, what else? Anyway, the Union Depository is on hold for now. Can't do it without him, especially now that he knows Thank God you guys are here. You alone? Davey, where's your boyfriend Steve? He's on his way up. Yeah, they're up here Listen This shit's about to hit the fan our entire lives together. There's been nothing but a series of fans and shits Sort this problem out for me, and I will get mr Leisure wear off your back and if we don't then I will go to jail and you will get shot fuck you, Dave I've heard it all before not like this. You haven't has he briefed you? Oh, yes, he has he told us that if we do what you say then together we can take down the big bad wolf That is government corruption. Yeah, and if you don't We're all gonna fry because the agencies on to us I've even got some fools in our own bureau. They're questioning my methods Liar Some kind of a killer and a thief so so there's some And I need you guys to find out what they know all right So what unless you're here to hack into the system wipe it all clean. Oh, no, no, that will not work The only way to access it is through your buildings fuck me Michael You'd be doing me a very big favor And if you do this, I'll make sure that all your files are deleted I promise you hey It's the last thing we do and we're done period Of course I'm a man of my word Come on Lester let's go Come on Lester let's go Good luck gentlemen Take us to the FIB building parking lot entrance Also müssen wir Lester da hineinschmuggeln Yeah, we'll do this Scope it out? Not really, but I thought we'd start by finding a way into the building We're going into the parking lot? No, 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 we're waiting for someone to come out of it A janitor Alright And how's that gonna get us in? Well, the janitor are all on temp contracts And they get replaced when their backs go or they ask for a day off So we find one of these guys, we turn him and that's our end Okay Is there a particular guy? I'm in the temp company's database right now Found a guy about the clock off I've got the file here Let me see Harvey Molina, license plate 83 QSL 722 We'll follow him and see what we think Sounds good You should be coming out here soon Ich hab' jetzt nicht auf Ego-Perspektive geschaltet, das war er selber This is not the car we're looking for So what do you think about this whole messed up situation? I think they'll either kill you after this is done Or keep you doing these stupid jobs until they don't have to kill you Because someone else has done it for them Yeah, that sounds about right Here we go Nope So what do we do? What can we do? We do the job And maybe you can delete the files when you're inside doing whatever else you're doing That might be a way out Yeah, well, a way out is exactly what I need Na, komm schon Bistest du? Wahrscheinlich The rule of free, oder? Ach, er doch nicht Hm Hm Da ist ne Cola Da ist ne Cola There she is Stay behind him, but don't let him see you What's gonna happen when this guy gets where he's going? He's gonna get his severance package Hm I can't tell if that's some creepy euphemism Or a plain statement of facts It's whatever you want it to be Okay Okay Take the next right Ach ne, wirklich Hey, you mind? Put away the smartphone, or pad, or whatever the hell that is for a minute No surfing while I'm trying to tail this guy It's work-related It's work-related Yeah, well, I'd prefer all hands on deck right now If it's okay with you God, you're worse than my son You wanna break into the FIB's West Coast headquarters? You're gonna need more than a janitor's license plate number And let me work on some angles While you, uh, keep this car behind that one In between these white lines That's it I mean other than a few missing expletives in terms of racial abuse That was my son in spades Na, fahr weiter Boah Wenn es weiter geht, wird sich der Part auch wieder ziehen Ey, fahr weiter Ey, fahr weiter Ich weiß nicht, wie nahe, dass ich an ihn ran fangen kann Ohne dass er mich sieht Deswegen bleibe ich ein wenig auf Abstand Fahr los, da ist grün Wenn er jetzt wieder stehen geblieben wäre Wäre ich ausgezuckt Jetzt bleibt der Fett auf einmal ganz langsam Ich bin Er ist auf der Bloc Wird er auf der Bloc Zeit für Harvey eine Veranstaltung Entschuldigung ihn Hey Marilyn Wie ist die verbatw von der Kabel? Fine, fine Entschuldigung, ich bin beschäftigt Nur wenn du etwas brauchst Jesus so ich hätte mir gedacht ich soll so nahe sein du hast eine andere von diesen, Harvey? wer bist du? der Typ mit deinem besten Interessen fülle deine Pocken mit Geld und alles du musst machen ist ein bisschen vacation hey, ich arbeite zwei Jobs, man ich nehme jeden Freude ich kann gut hey, willst du Bier? nein, ich nehme die Oberfläche oh, und dein ID was ist da? oh, und Harvey ich wahrscheinlich nicht muss sagen aber du nicht spielen? okay für was habe ich ihn dann überhaupt verfolgen müssen hätte ich ihn hier auf der Straße auch befragen können aber okay okay hey okay 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 ja, unsere Zeit ist abgelaufen wahrscheinlich ist hier der Auftakt sowieso schon zu Ende und wer soll hier sein? irgend so ein Typ ah hey, was ist der Problem, doch? steve fucking Haynes natürlich ist steve fucking Haynes es ist immer steve Haynes das ist nicht wirklich wahr es ist steve Haynes oder es ist trevor es ist seine Familie es ist immer eine von ihnen ja, das ist wahr es ist immer eine von ihnen ich bin mit einer schlimmer Familie und sogar schlimmer ich habe dir, franklin ich bin ein guter ja, was auch egal es ist das oder Dillern Dinebags die Bullets kommen kracken bei dir auch ich bin ja, das ist wir brauchen etwas über den FIB oder eine Schmerzen oder eine Änderung oder eine Weakness oder eine Weakness oder eine Weakness übermorale oder eine Verkaufel ich hoffe er ist ein guter ich bin nicht in der Motherfucker ich bin nichts wir brauchen ein bisschen wir brauchen ein bisschen mehr Informationen ich brauche die architekturale aber keine ich brauche die 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 Und bestanden. Na gut, dann würde ich sagen, dass wir hier mit dem Part aufhören. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns morgen wieder bei GTA 5. Ciao, ciao.